Ja, vom Weg nicht zurücklaufen. Ate! Fahr dran. Okay. Bereit? Buche Ate! Sehr geil, sehr geil. Da Ate! Der war in der Schulter drin, dann hat er ihn fallen lassen. Gut. Eigentlich steckt er. Ne, die Sache ist, das ist so ein Belly-Problem. Wenn die treffen, geht die Hand auf. Das Problem ist festhalten mit dem Scheißbeil. Sascha hat auch nicht die Kraft in den Händen. Pugnate! Saate! Der war drin. Ich seh nichts, ich seh nichts. Ach, da ist er. Fühl mich sehr gut. Und Pugnate! Sorry. Falls hier jemand steht. Zwei Zweig. Kampf Ende. Zwei Zweig. Ich dachte, ich geh...